KULINARIO KULINARIO Zwiebelsuppen, Aufläufe und Raguts können Sie nun professionell wie die Fernsehköche überbacken. Richten Sie die Flamme auf Tomaten oder Paprika und sehen Sie, wie leicht sich diese nun häuten lassen. Der integrierte Tank reicht für 60 Minuten und kann einfach mit Universalfeuerzeuggas aus dem Supermarkt nachgefüllt werden. Bringen Sie neuen Pep in Ihre Küche und profitieren Sie von der einfachen Handhabung, um Ihre Speisen professionell zu verfeinern. Der Universalflambierer. Jetzt mitnehmen. KULINARIO. Kochen wie die Fernsehköche.